Mein Name ist Anke Rosellen. Ich bin 50 Jahre alt und Mutter von drei erwachsenen Kindern. Meine Familie und ich, wir suchten schon länger nach einem räumigen, großen Fahrzeug, was uns sicher von A nach B bringt, weil wir mehrere Hunde haben, weil wir im Hundesport viel unterwegs sind, weil ich eine kleine Firma habe, die sich mit der Herstellung von Hundeartikeln beschäftigt und wir deswegen immer mit viel Gepäck reisen und auch, ich sag mal, viele lange Strecke fahren und aus dem Grunde haben wir uns Ende letzten Jahres entschieden, einen T6 zu kaufen und auch neu zu bestellen. Nachdem wir dann mehrere Autohäuser abgefahren sind und da mit dem Service und der Kundenfreundlichkeit unzufrieden waren und auch enttäuscht waren, sind wir dann, nachdem wir unser altes Fahrzeug schon beim Autohaus Nauen gekauft hatten, wieder zum Autohaus Nauen gekommen und sind dort direkt sehr freundlich und sehr kundenfreundlich und zuvorkommend empfangen worden. Die Frau Menke hat dann mit uns zusammen das Fahrzeug nach unseren Bedürfnissen konfiguriert. Das Autohaus Nauen steht für uns 100 Prozent für die Autohaus Nauen. 100 Prozent für eine Kundenfreundlichkeit, für einen unheimlichen Service und aus dem Grunde sind wir 100 Prozent zufrieden und können uns auch momentan gar nicht vorstellen, irgendwo woanders ein Auto zu kaufen.